ok szenario 2 deliver the following resources to the mission depot was ist das hier ja das ist eine gute frage was ist das mission depot müssen wir hier liefern was soll man das ist ach so muss produziert werden ach so ja jetzt verstehe ich das genau jetzt muss was produziert werden aber bräuchte sein login camp und das hier ist sommer bretter ok ich kann wirklich nur produzieren wenn ich hier bin okay verstehe wir brauchen so eine sägemühle mein login camp dann brauchen wir dass du eigentlich ganz gut dass wir da gebastelt haben genau das kommt jetzt hierhin zack so dann hat man das so dann kommt das hier so und wir brauchen eine fabrik die fabrik war hier wunderschön so die ganzen wald hier weg ok gott jetzt tatsächlich weg gemacht komisch da muss noch einige so ein bisschen gemacht werden okay so ein bisschen muss dann auch gemacht werden okay aber ja also ein bisschen wie soll ich sagen es muss wirklich einiges getan werden ich meine optisch muss es jetzt nicht so perfekt sein aber wenigstens co technisch muss doch alles okay sein wenn das solche schon besser kleinigkeiten anfängt ja ich weiß ja nicht so also langsam rein donnern genau den hat er genau da gibt mir jetzt noch mal eine anhänger wunderschön so gib mir den mal raus zack aber aber geschafft jetzt holen wir uns das holz war nicht so weit nach vorne fahren so gut während er darauf liegt stelle ich das noch schön ein ist ja lustig eine unsichtbare flasche cool ja weil die eigentlich grün ist ja aber tatsächlich versteckt alles ne krass so zugfahrt weiter jetzt hier tut tut aber ich komme bringe mich ein paar bretter so ganz abladen den mist willy ach so ne hier ich glaube ich habe die ganze falsche tasse gedrückt okay naja jetzt sieht es besser aus jetzt läuft es noch besser zack ich hoffe der macht jetzt auch fünf bretter und nicht dass er nur ein brett macht naja gut ok zehn bretter super er hätte sind wohl links passagiere und die position darf ich wohl auch nicht weg machen weil er der speichert sie das nämlich ab das heißt würde ich jetzt auch vorfahren wird es gar nichts bringen weil ich glaube die trotzdem hin ballert das ist so ein speicher algorithmus gut los geht's auf wiedersehen tut tut mit 200 sachen hier durch die putze halt wir können ruhig zurückgehen zack so dann lad mal ab hier den mist ach so jetzt viel spaß beim abladen ich hoffe du lädst es auch gleich so ab und fährst nicht erst zurück gut und schon sagen dass er erst zurückfährt und dann wieder dahin fährt gut mission fertig mutter